Ja hallo Leute, es haben sich sicher schon einige von euch gefragt, ob man mit Sportwetten Geld verdienen kann. Wenn man alles richtig macht, dann schon. Seht ihr diese Zettel? Richtig geil. Also ich glaube, ich gehe mal Schotter abholen. Das war einfach nur ein gut gelaufenes Wochenende. Also, ciao euer Thomas.